Remax. Mit etwa 120.000 Maklern das weltweit größte Maklernetzwerk. Alle 23 Sekunden eine vermittelte Immobilie. Zahlen, die eine Erfolgsgeschichte schreiben. Bei Remax Stein nun schon seit 10 Jahren. Begonnen hat alles mit 4 Mitarbeitern, mittlerweile sind es 16. Diese setzen alles daran, den Wünschen ihrer Kunden gerecht zu werden. Denn Makler ist nicht gleich Makler, der Berufsstand nicht geschützt. Das macht den ganzen Berufsstand zu schaffen, den Beruf des Immobilienmaklers. Wir wollen dagegen angehen mit hoher Qualität, viel Ausbildung. Es geht um so viel Geld bei Immobilien. Es ist höchstens gut, was die Menschen haben. Wir denken, es gehört in sehr professionelle Hände. Für Stein hat Remax mehr Bedeutung, als nur ein professioneller Partner im Maklerbereich zu sein. Sie sind auch in vielerlei Tätigkeiten, in Vereinsebenen mit engagiert, unterstützen unsere Ehrenamtlichen, unsere Vereine, Institutionen im Rahmen von Sponsoring-Maßnahmen. Sodass also auch die kulturelle Vielfalt in Stein hier dank Remax weiterleben kann. Und all davon profitiert natürlich auch dann die Stadt Stein. 2018 ist für Remax ein besonderes Jahr, nicht nur wegen des Jubiläums in Stein. Sowohl in Fürth als auch in Schwabach werden Büros eröffnet. Noch näher an die Kunden, noch weiter wachsen, das sind die Ziele. Die Erfolgsgeschichte wird weitergeschrieben.